hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu batman arkham asylum wir sind jetzt auf dem weg den joker zu kriegen ich hoffe ein allerletztes mal denn so langsam habe ich auch wirklich keinen bock mehr leute nur gäste liste wenn ihr name nicht auf der liste ist kommen sie nicht rein mal sehen nein ein falscher b b bain hier steht's batman sieht aus als ob sie denn ehrengast wären warum denn nicht sofort oh das war ein bisschen irritierend bist du aufgeregt batman ich meine wir haben die ganze nacht darauf hingearbeitet sag mir nicht dass du dich nicht darauf gefreut hast ich schaum ich war außer mir vor freude überraschung alle meinten immer ich solle zum fernsehen das willst du nicht verpassen echt das wird ein kracher zehn neun acht sieben sechsten vier drei zwei eins das war so offensichtlich wieso geht er denn dann nicht weit weg ich bin schon selber weggegangen toll so soll ich den jetzt wir klingeln die ohren ey oh jeee wieso hast du batman nicht gestoppt ich es war dein plan du alberner clown ich schick dich zurück zu dem bauchredner wo du hingehörst du musst es alles kaputt machen oder bein zusammenschlagen scarecrow an croc verfüttern harley fertig machen was übrigens mein hobby ist und alle meine schönen werden pflanzen ruinieren es ist vorbei joker vorbei wieso mein lieber vom wahn besessener dunkler ritter es hat noch nicht mal an ging gefangen okay Ach man! Fuck ey, pack pack pack! Oh, leck mich. Das wird weh tun. Nicht gewassert, Mann. Ich mach dich fertig! Für meine Güte. Hast du die Fremdruktion? Ich brauche mich immer mit Menschen schmeißen, ey, ich hasse das. Und ich weiche irgendwie nicht auf. Ich brauche mich nicht auf. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund der Kommission, oh Gott. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Nein. Nein. Äh. Batman. Auch nicht besser. Raus damit. Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht fern. Komm schon. Gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Oh, du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen. Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Nicht gut. Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor zehn Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham. Hier ist Joker. Arkham gehört mir. Bald schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams freilauflassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten dunklen Ritters. Wir haben den Turm umkreiszeit. Warten Sie, da. Joker führt seine Aktion durch. Showtime, Batman! Gib den Trotteln was, worüber sie quatschen können. Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod. Und nur für eine einzige Nacht. Heißen Sie bitte unseren außergewöhnlichen Gastschiedsrichter. Willkommen! Na los! Komm schon! Verändere dich! Dreh durch! Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen. Du weißt, du willst es. Niemals! Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig! Sehr witzig! Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdorben. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. Moment, to rumble? Ich glaube, ich habe da hinten noch zwei. Ach, das ist nur mit diesen Dingen hier. Wow, 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 wow. Okay. Haben wir was mir hingetan? Gut! Ach. Entschuldige mich, Berz! Hä? Ich bin jetzt etwas leise. Nee, ist das Jack Riders Chopper, den ich da sehe? Bewohner von Gotham! Genießt diesen Abend! Es wird euer letzter sein! Gebt ihnen eine Abreibung von mir, Jungs! Er langweilt mich! Noch mehr Helikopter! Wie aufregend! Wenn ich hier fertig bin, werde ich auf Gotham zumarschieren! Von einer Armee von brutalen Monstern umgeben! Klingt nach Spaß, oder? Ach, die Batclaw! Geh von mir runter! Jetzt habe ich das erst verstanden. Wenn ich das hinter mir habe, reiß ich dir deinen verdammten Kopf ab! Na, so geht's auch. Zeig mir deine besten Schläge, Berz! Ein Lächeln bringt dich nicht um, Berz! Aus, Sidebets! Meine Leute brauchen mich! Kommt, Jungs! Haut ihm ein paar rein! Ich muss mich an die Stadt wenden! Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin! So ein bisschen, ne? Das wird dir verletzert! Komm schon! Schlag ihn nieder! Ich gebe dir was für die Morgen-Nachrichten, Gotham! Noch mehr Nachrichten-Hubschrauber für so einen alten Typen wie mir! Was machst du da? Na, komm, 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 komm! Dafür wirst du sterben, Batz! Lass mal sehen! Glaubst du, du kannst mich besiegen? Bring mich nicht zum Lachen! Bin gleich wieder zurück, Batz! Kommt rein, Jungs! Macht ihn für mich fertig! Was auf deine Kappe auf, Batz! Yuhuhuhuhu! Oh, 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 oh! Und Ringrichter? Wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Sprechen Sie lauter! na 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 ich habe eine nachricht für alle meine mich bewundernden fans und das müsste der letzte sein boah na fall doch ich kann es vertragen ich kann alles einstecken was du austeilst du kannst mich nicht besiegen ich werde gewinnen bereit zur nächsten runde immer was ich werde dich niemals gewinnen lassen niemals mir geht's gut das gcpd kontrolliert endlich die anstalt die ärzte behandeln die verletzten aber so wie es aussieht dauert das alle super verbrecher sind wieder in haft da drin herrscht ein ganz schönes chaos und die durch das venom verhinderten insassen werden wieder normal obwohl für manche der prozess schmerzhaft wird ich überlebe es wir sehen uns heute nacht barbara blöde sache das mit deinem auto kann ich dich mitnehmen danke jim ich komme alleine klar ruh dich aus du verdienst es der verdächtige fliegt in ihrem polizeibag ja das war batman arkham asylum ich muss ganz ehrlich sagen also es ist nicht ganz meins gewesen trotzdem werde ich die reihe vervollständigen ja es war aber auch es hat auch spaß gemacht es war lustig die endgegner waren wirklich furchterregend 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 ja und es war auch manchmal ein bisschen knifflig also das war wirklich noch so spiel halt wie die guten alten zeiten wo man wirklich sich überlegen musste ja wie besiegt man jetzt diesen end boss und ne also es war ein bisschen schwerer es war wie früher guter spiel hat ja auch schon ein paar jährchen auf dem buckel war aber ganz schön das mal wieder so zu haben ja so die ganzen figuren ich kenne leider nicht alle figuren aus dem batman universum ich habe mir letztens habe ich mir sogar noch wieder ein film angeguckt davon ich meine ich mag es aber ich kenne nicht viel ich meine ich kenne harley quinn klar joker der riddler den kenne ich noch hier two face kenne ich auch hab ich denn ich kenne den pinguin aber jetzt hier so wie croc oder scarecrow die kannte ich überhaupt nicht war mal interessant ich weiß auch gar nicht ob die irgendwo herkommen genauso wie diese barbara also diese oracle wie batman sie mal genannt hat sie ist ja das bad girl gewesen früher oder bad woman ich weiß jetzt nicht bad girl oder bad woman auf jeden fall weil der vater ja nicht wollte dass sie zur polizei geht oder so oder dass sie halt ne deswegen hat sie das gemacht aber sie sitzt jetzt halt im rollstuhl und deswegen macht sie jetzt hier diese ganzen anderen arbeiten für batman naja gut wen kennt man denn noch ich glaube wen kennt man noch gut catwoman kenne ich robin logisch ja auf jeden fall war es eine coole geschichte was mich ein bisschen gestört hat war dass man wieder dieses hin und her rennen hatte wirklich von einem ort zum anderen von einem ort zum anderen und nicht dass das flüssig einfach von hinten nach von vorne nach hinten durch geht sondern dass man halt immer diese hin und her rennerei hat das hat mich ein bisschen genervt da bin ich ja allgemein kein freund von ich würde tippen zwischen poison ivy und krog krog jetzt nicht weil es zu schwer war sondern weil es zu langwierig war poison ivy weil es teilweise doch ein bisschen hart war also ich fand es ein bisschen hart so mit den dingen gleichzeitig werfen und ausweichen das war jetzt nicht so aber ja ich finde es lustig dass krog scarecrow gefressen hat dass wir nicht alle bänder gefunden haben ist so auf eine art schade das stört mich ein bisschen mehr aber ich wollte jetzt auch nicht wieder durch die ganze gegendrennen um diese bänder zu finden und dass man natürlich diese ganzen riddler aufgaben nicht gelöst hat ja ihr kennt mich ne interessiert mich nicht wirklich ne also diese ganzen geheimnisse und sowas müsst ihr halt bei jemandem gucken der das wirklich liebt und der sowas gerne macht der hat dann auch spaß dabei ich hab da keinen spaß bei und dann merkt man das bei mir beim zocken ja ich weiß gar nicht was als nächstes dran ist ich glaube batman arkham city und dann müsste origins dran kommen äh ja die beiden habe ich auf jeden fall noch ich glaube das ganz neue ich weiß jetzt nicht wie es heißt ähm arkham knight vielleicht oder so ich habe keine ahnung das habe ich halt nicht äh mal gucken ob ich das auch noch mal irgendwann jetzt playen werde ähm weil ich würde jetzt sagen die batman reihe ist jetzt nicht unbedingt so eine reihe wo ich jetzt mir ein game kaufen würde ich habe jetzt das glück gehabt weil ich ähm origin access habe das äh da kriegt man ja wenn man ich glaube man bezahlt ja 24 euro im jahr und dann hat man hier äh kann man äh demos äh oder kann man spiele schon vorab ein bisschen anzocken und äh kriegt auch gewisse spiele äh kostenlos dabei solange man halt dieses abo hat und äh ich habe jetzt war letztens halt diese batman reihe dabei und äh ja deswegen habe ich mir gedacht komm probierst du mal guckst du mal hast noch kein spiel davon ausprobiert wie gesagt ich bin jetzt nicht negativ ähm ja das ist jetzt nicht negativ ich bin jetzt nicht total enttäuscht von dem game und so ne aber es ist halt wie gesagt nicht meins ähm trotzdem war es ein supi spiel und ich bin echt zufrieden dass ich es gespielt habe ja gut ähm ich lasse jetzt auch den den end screen zu ende laufen und verabschiede mich aber bei euch schon mal bedanke mich bei euch fürs zusehen und äh sage tschüss bis zum nächsten mal ja 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 ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020